Hallo, heute habe ich einen etwas traurigeren Anlass für das Video, was jetzt kommt. Und zwar habe ich meinen Stormy verloren, meinen 4S Copter, meinen allerersten FPV-Copter, den ich hatte, den ich mit viel Mühe wieder zum Laufen gebracht hatte. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen ist, was passiert ist. Ich habe leider keinen DVR aufgenommen. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, entweder ist es ein Failsafe gewesen oder halt ein Motorversagen, was ich wahrscheinlich als erstes vermute. Weil der Failsafe hat mir nicht gesagt, dass irgendwie RSSI verlost ist und so. Das kam erst nachdem ich kein Videosignal mehr hatte und das Ding schon weg war. Ja, wir haben drei Stunden gesucht oder zweieinhalb bis drei Stunden quer durch den Wald hoch. Ich bin K.O. und ja, aber ich vermute mal, den werde ich nicht mehr finden. Weil er in einem Ort liegt, wo er sehr schwer zugänglich ist. Leider, wir haben alles versucht. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem jetzigen Video, weil das war der erste Flug, der noch funktioniert hat. Auch wieder zurückgekommen ist und die Aufnahme gesichert und sichern konnte. Ja, trotzdem viel Spaß damit. Ciao. Ich bin so in love with you. Ich bin so in love with you, ich bin so in love with you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017